So, jetzt wird es interessant, Leute. Jetzt habe ich nämlich all mein erfarmtes Stuff hier. Und jetzt gehen wir in den Kampf. Passiert einfach zu gut. Yo, Leute, was geht ab? Jetzt willkommen zu diesem kleinen Video. PvP vs. All. Und ja, PvP vs. You in der Special Edition. Ich nehme mal wieder mit OBS auf. Und ja, mit dabei ist He-Jan. Hallo. Mit dabei ist der He-Marx-YouTube. Hi. Und mit dabei ist noch ein anderer Typ, der heißt Me-Bai-Samu. Alles klar. Okay, Leute. Und zwar wollen wir jetzt einfach mal ein paar Runden zocken. Und jo. Legen wir einfach mal direkt los. Ich möchte aber jetzt mal so tun, als ob ich hier ein ganz normaler Spieler wäre. Deswegen werde ich einfach mal mal Inventar clearen. So. Und hol mir mal das Kit-Tools. So. Jetzt habe ich hier ganz normales Stuff und versuche mich jetzt hier ein bisschen hochzuarbeiten. Guck mal, wie schwer das so ist. Und ja. So, fangen wir direkt mal an. Oh, lol. Der ist natürlich schon mal gut equippt. Aber vielleicht können wir ihn abstauben. Hey, lol. Der kann mich, glaube ich, nicht angreifen, weil ich in Gottmut bin, ja. Ich muss mal kurz auf Gott rausgehen. So. So, jetzt geht das auch. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier reißen können. Also ihr seht, wenn man so ist, muss man schon ein bisschen abstauben. Und das stimmt, äh, schon. Das bessere Stuff zu holen. Indem wir mal ein bisschen hier unsere Stärken. Oh, und da haben wir auch schon Stuff. So, dann hätten wir schon mal einen leichten. Okay, der war jetzt VIP. Sagen wir mal VIP. Und ja, der konnte jetzt wegmachen, deswegen brauchen wir immer ein leeres Elementar, dass, wenn jemand wegmachen sollte, wir auch seine Sachen wiederbekommen. Äh, ich glaube, hier hackt einer. Also, ich bin mir nicht sicher. Ja, musst du gleich mal gucken. Dieser Black Rose, 77. Kann sein, müssen wir dann nachher gucken. Hacker-Reports können wir nachher alle aufnehmen. So, ich hab' ich noch mal das. Okay, Leute, die Sound-Effekte gehen auf jeden Fall ab. Oh, lol. Herr Kaubo greift mich an. Das heißt, wir müssen mal kurz wegrennen. So. Also, Moment. Schlagen wir uns doch echt nicht schlecht. Also, immerhin dafür, dass wir mit... Oh, jetzt können schwer werden, weil... Abstauber. Oh, okay, da sind wir auch schon tot, Leute. So schnell kann's gehen, aber... Es ging ja eigentlich. Und deswegen müssen wir mal kurz warten. Und dann machen wir... Wow, wir haben okay. So. Ich hab' natürlich noch ein bisschen was in der Enderkiste. Hä, alles gesaved. Aber leider nicht... Ah, okay, warte, ich mach' dann noch... So, jetzt hab' ich nämlich noch die Rüstung dazu. Das ist immer besser. Und einen Bogen. So, dann wollen wir mal weiter machen. Ich brauch' mal wieder... Ich möchte wieder ein bisschen besseren Stuff haben. Samu ist einfach wieder so red. Okay, den könnten wir vielleicht sogar bekommen. Wenn wir so ein bisschen... Okay, gut. Damit hätten wir auch seine Sachen. So. Das war ich. Ich weiß. Ah, was ich will schon hier eingeben, Alter. Ich bin schon so richtig. DSK, Leute. Cheater. Okay, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen auf... äh, defensiv... Defensiv bleiben. So, und heute Abend wieder ein Stream auch auf dem Server. Ich hab... Oh, junge Samu, Alter. Bitte geh mal weg. Ich target Moritz. Nein. Okay, Leute, jetzt müssen wir kurz wegrennen. Junge Samu, Mann! Geh doch aus Game-Ord raus! Mann! Ja, aber ich kann nicht ändern. Ich bin nicht in Game-Ord ifn. Ich hätte noch niemals zu sein. Ich hätte alle Tage nicht. Das haben wir ganz geil. Nein. Oh, scheiße, Mann. Nein, 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 nein. Ich hab sie getötet, Moritz. Also sogar, fast... Oh, lol, okay, ich brauche kurz mein Essen. so denn ich habe ein wenig jetzt ein wenig wenig jetzt sind so da kommt wieder nicht mehr und hätten die erschwert aber die leckten es hat erneut es sind dann gleich mal Prozent in der er hat sie in der TK die er hat die Stärkung der Leitrichter als Prozent die Stuhl es ist natürlich ein wenig ergerlich an einem Hacker spiel stehen wir haben die Abstand herrlich ist es in die Schreie aber äh wir haben eigentlich einen Händler und auch das ist gerade aber kurz ausgemacht ist weil das gerade ein Prozent paar Ressourcen gezogen hat die wir gerade brauchen aber das wird gleich wieder angemacht denn ja liebste sein vorliegen alles klar die Lüge okay nice aber wir müssen ein Eisenschwert haben aber okay ich bin dann ein bisschen die Eheer der KG-League sind scheint jetzt auch der Hauptsache und mann 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 und leute wie viel lang ich weiß gar nicht viel lang nein nein dann nicht sagen wir müssen nicht sagen wir es nicht an dann gehen wir nicht ergeben also wir haben hier äh ich hab Auto Nein Was hast du? Cool, ich hab noch Auto-Hegern So, Elmore Jan wollte Auto-Hegern Könnten wir natürlich jetzt perfekt abstauben Keine Ahnung Hä, ich hab gesagt Autogramme Achso So, dann hätten wir auch wieder unsere Rüste Jojojo Wow, da hat Zandex uns einfach abgestaubt Das ist natürlich nicht so nice Man bekommt, man bekommt schon So, okay, ich war sogar so ein bisschen mit Ach, Warp Tools, Alter, äh, Kid Tools Versuche ich jetzt ein bisschen mit Taktikum zu arbeiten Also, es ist ein bisschen schwieriger als Besucher Ist klar, aber ich kann dann auch gleich mal zu meinen Kisten gehen und gucken, was ich da so dann in der Spielerwelt hab Okay, eigentlich können wir Jan in Ruhe lassen Weil der hat eigentlich keinen guten Stuff für uns Doch, der hat da ein Schwert Hat ein Schwert So So Und ja Und da ist er tot So, was hat er denn noch gehabt, okay, Pfeile Das hat nichts, hat hoffentlich auch noch ein bisschen was für uns Weil er uns hier vorne abgestaubt hat Nee, auch nichts aus der Pfeile leider Okay, ich muss mal wieder wie ein paar Spieler finden, die ein bisschen besser Erkippt sind, okay, Jan hat mal wieder Nur Und stinknormalen Stuff Okay, okay, da kommt Game-Man-Loop Der hat natürlich wieder echt was niceres Stuff Aber, nein, ich mags mit Stopp nicht ab Okay, Sam Ja, okay Und da hätten wir Da hat er einfach mal die Hose vergessen Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Also dann hätten wir auch ein Diahose Gott, wir müssen jetzt echt ein bisschen aufpassen Aber ihr seht, Kakaogubi war auch Besuch am Anfang Aber ihr seht, Kakaogubi war auch Besuch am Anfang Aber ihr seht, Kakaogubi war auch Besuch am Anfang Alles schon, volle Diarrüstung Oder fast volle Diarrüstung, ich weiß es nicht Aber, so ich weiß es nicht, Gott Ich glaube, ich muss mir was helfen Damit wir Alter, warum Aber wir, wir gucken jetzt einfach mal mit Schrecklich Back Ob hier noch was liegt Wir sind einfach voll dir und es in Game Mode Okay Ah ne, da nicht, okay Ich töte mich mal kurz Okay Okay, dann gehen wir mal wieder zu Hey, du hör auf dich zu Üb zu TV War PvP und dann Hey, wir müssen hier auch mal was hinkriegen Oh ja, warte mal Leute, jetzt gehen wir mal kurz Warp Äh, bauen So, jetzt muss ich mal eben kurz zu meinem Haus gehen Ich geh mal kurz zu meinem Haus und guck mal, was ich da so in den Kisten ab Denn, das könnte ja auch manchmal ganz hilfreich sein, oder? Also, ich denke schon Aber, wenn euch das Special gefällt, dann würde ich mich gerne einen Daumen nach oben fahr Äh, äh, freund, denn es ist mal ein bisschen was anderes Als sonst Äh, und ja, heute haben wieder was Lol, was ist mit meinem Haus passiert? Alles klar Ja, das hab ich noch nicht mal Das hab ich noch nie mal gecheckt, wer das war Okay, ich guck mal kurz Äh, Grundgestein, Leute, heute ganz witzig hier Wir gucken eben kurz, wer das war Haha, hab dich, Alter LB Roll Rollback Wir können dann auch gleich mal hier live sehen Player, HH, unterstrich, hab Oh, ihm ist das tot Der hat ein Full-Di-A-Von Ja, Leute Area 10 Area 10 Oder, ein, ein 100 Time Ein 10 Days, und da ist auch wieder alles da Und so, ich hab hier nämlich jetzt hier oben ein Schärfeschwert, aber ich möchte erstmal gucken, was ich hier alles Habe, damit wir gleich in den Kampf gehen können, okay, Schutz 3, das hört sich doch schon als nett an Mh, aber ist leider auch Okay, warte, gehen So, das sollten wir, nehmen wir auch mal Wir nehmen ein Stärketrank, nehme ich mal mit Ist das hier ein Schärfer-Einschwert, ja Haben wir nichts Besseres? Ich meine, ich hatte doch mal recht guten Stuff Hier ein Schutzhelm Wasser-Infiniteithelm Lol, ich dachte, ich hatte bessere Sachen Aber anscheinend habe ich das gar nicht Ja Mir fehlen auf jeden Fall noch Schuhe, die nehme ich jetzt einfach mal hierher So, dann Ah, hier sind noch, ah nee, Pfeile kann ich mal mitnehmen Habe ich noch, hier ist noch ein Stärketrank Den nehme ich jetzt aber einfach mal nicht mit Nee, ich bräuchte Dann nehme ich mal hier ein Schärfeschwert Ja, komm, nehmen wir das Schärfeschwert mit Ist zwar bald kaputt, aber komm Guck mal, was wir damit kriegen Jetzt mal Stärketrank reinziehen und dann das Kit Tools nehmen Damit wir hier auch noch ein paar Äpfel haben So, es ist interessant, Leute, jetzt habe ich nämlich all mein erfarmtes Stuff hier Und jetzt gehen wir in den Kampf So, oh mein Gott Alles, was ich hatte Alles, was ich hatte, setze ich jetzt ins Spiel Okay Okay, okay, Leute, das ist wieder viel Okay, okay, Samu, Samu ist voll dir Da können wir auf jeden Fall mal ein bisschen was abgammeln, oder? Also, dir Sachen bräuchte ich immer mal gerne Und da haben wir sie auch Okay, wir können jetzt Ich muss jetzt ganz schnell, oh, da ist jemand Okay, der wird uns vielleicht sogar kriegen Ich will mich ein bisschen hier auf Distance bleiben Okay, ich hab' ihn, ich hab' ihn, ich hab' ihn Hey, Moritz, ich wollte nur anmerken, dass Greed sich die ganze Zeit rauskommt Oh, okay, der hat mich gerade Hätte der mich gerade ange... Okay, ja, da müssen wir dann nachher gucken So, ich erst mal die ganzen Sachen hier saven Alter Okay, Leute, so macht das schon eine Ecke mehr Spaß Was muss man sagen? Jo, Felsi mit so ist die OP-D hat so So, das gehe ich nur jetzt nur jetzt nicht Partie YouTube, ja, der hat richtig gut gefarmt Aber Das will ich natürlich auch gerne haben, ne? Muss man sagen Der Verbrennungsschwert Fuck! Das war's Oder warte mal, das können wir noch ganz schnell backmachen Oh Gott, Premium Feature, Leute Da kann man nichts bei ihm machen Ich bin halt Premium-Spieler gewesen Okay, Max, hm, willst du hier Stress? Also, da können alle Premium-Spieler als rechtlich wegmachen Deswegen würde ich immer ein leeres... Fuck! Leeres Inventar haben Ja, genau so Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, FVP, oh! Oh, mein Gott, alter, erst mal, jetzt erst mal chillen Alter, ich ziehe erst mal bei den ganzen Sachen hier aus So, jetzt spiel ich mal mit denen... Mit den Sachen, die vorhin fand ich Dann ban ihn doch Dann ban ihn doch Dann ban ihn doch Dann ban ihn doch Ja, dann ban ihn doch Alter Jeder, der gerade gespawnt ist Der hatte gerade Kill-Auran, weil jeder gespawnt ist Hat der getroffen Nice Okay Alter No chance for Parsi No chance for Parsi Parsi hat einfach zu gute Sachen Ja, da kann er nichts gegen machen Aber, Leute So haben wir gar immer ganz schnell alle Sachen verloren Und... Aber man kann natürlich auch ganz schnell alles wieder gewinnen Deswegen Parsi hat natürlich jetzt einen großen Gewinn Äh, ich hab jetzt natürlich nicht... Ich hab jetzt nicht so krass gepokert Aber ich denke, dass Parsi nachher auch einfach Äh, ja Einfach mal los sein will Und der hat jetzt einfach Glück gehabt Naja, auf jeden Fall, Leute Wir sehen uns im nächsten Video Und haut rein und ciao